shalom aleikum ich bin es der göttliche ich habe mir wieder ein bild gemacht und zwar ein bild der bild ja die frage war warum berichtet hier niemand okay habe ich gesagt ist der deutsche guckt natürlich bei solchen sagen gern weg aber ich haus raus guck mal hin neonazis attackieren holocaust überlebenden 84 mensch guck mal hin so ist also folgendes passiert hier gibt es in leipzig hier so ein holo klaus gedenkmal jetzt hätte ich fast so einen doofen witz gemacht reise nach jerusalem ist immer am platz frei aber darum geht sie nicht ihr wisst ja ich habe ja so ein bisschen sagen wir mal versionen gegen die bieber böse nazi fronten gegen diese sparken die nichts weiter können außer heil hitler grünen durch die gegend zu rennen und andere irgendwie als menschlichen abschaum zu beschimpfen und ja im rahmen dessen stellt sich doch hier einfach mal die frage was ist da passiert ja da ist also so ein 84 jähriger mit so einem fernsehteam vor ort und da kommt so ein freundlicher deutscher an und sagt mensch guck mal ich habe eine tätowierte hand und danach hat er sich den mund sauber gemacht hat noch ein paar sachen gesagt und ja den michael jackson groß gemacht also jeder hier der macht der michael jackson groß nach und leider war da obwohl die kamera schon aus da gab es auch noch irgendwie keine ahnung irgendwie wahrscheinlich ist der mann ein mobiles navigationsgerät das der richtung osten gezeigt hat nachdem guck mal da kommen chemdrills oder sowas alles in allem ist das genau der punkt wo ich immer sage mensch so freundliche deutsche ist ja unglaublich und ja das ist genau das warum ich gegen diese bibibaba bösen nazis bin denn hier das ist das hier so die deutsche edel variante von zusammenhalt von respektvollen umgang von geschichte ich meine die schichte darf ja jeder sehen wie er möchte da sind wir uns ja eigentlich so aber es gibt doch sachen die gehören sich doch wohl einfach nicht und da sind wir uns nämlich mal an in der großen masse gott sei dank einig